In den Krallen des Adlers. Chinesische Freiheitskämpfer im Kampf gegen einen mörderischen Manchu-Gouverneur. Du bist nicht gut genug. Du wirst mich nie besiegen können. Ich werde dich vernichten, du Ratte. Dich und deine Freunde werde ich ausraten. In den Krallen des Adlers. Auf Schritt und Tritt lauert der Tod. Du hast einen Fehler gemacht. Jetzt bist du erledigt. In den Krallen des Adlers. Eine Handvoll verwegener Männer widersetzt sich dem Terror gnadenloser Unterdrückung. Bruder! Warum hast du ihn ermordet? Das hättest du niemals tun dürfen. Bist du verrückt? Du Schwein! Reicht es dir nicht, dass du uns verraten hast? Musst du denn auch noch zum Mörder an deinen Brüdern werden? Von dir würde ich nicht mal meine Kühe hüten lassen. Das wirst du bereuen. Du dumme Ziege. Pass auf, dass du es nicht bereust. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. Wir sehen uns wieder. W authorities. Oh, oh, oh! In den Krallen des Adlers. Ein Hexenkessel voll explosiver Spannung.